Dankeschön. Danke, danke. Ich freue mich wirklich, das sage ich jetzt nicht so daher, ich freue mich wirklich hier zu sein bei Cindy und die Jungen Wilden. Ich glaube, ich bin einer der ältesten jungen Wilden, die jemals in dieser Sendung waren. Ich komme aus einer Zeit, da gab es noch nicht mal Handys. Oh, das muss man jungen Leuten erst mal erklären, dass es Zeiten gab, in denen man nicht einfach mal so eine SMS schreiben konnte oder so. Wenn man das so einem 15-Jährigen erklärt, dann steht er da, also erzähl uns davon. Wie habt ihr gelebt, wie habt ihr euch verabredet. Ich sage dann immer, nun, wir hatten Uhren. Man verabredete sich zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten sogenannten Ort. Orte gab es schon vor Google Maps. Diese Verabredungen funktionierten, weil man sich nur mit Menschen verabredete, die auch Uhren hatten. Beziehungsweise, manchmal klappte es auch nicht. Das war blöd, weil man sich nicht zusammen telefonieren konnte. Dann musste man sich jetzt eine Telefonzelle suchen. Dann musste man den bei dem zu Hause anrufen. Aber der war natürlich nicht zu Hause, weil der sich ja gerade woanders eine Telefonzelle suchte, um bei mir anzurufen. Das war sehr mühselig. Wenn sie das einem 15-Jährigen erklären, dann guckt er sie an, ist schon wieder abgestürzt, weil er das Wort Telefonzelle nicht verarbeiten konnte. Telefonzelle muss ich dann auch mal kurz erklären. Telefonzellen, das waren früher so Häuschen, so gläserne Häuschen. Das gibt es heute für Raucher. Früher konnte man darin telefonieren und pissen. Das machte immer der Typ, der vor einem drin war. Deswegen war da immer so eine kleine Pfütze und es stank wie die Sau, aber da musste man durch, denn man wollte ja telefonieren. Also rein in die Telefonzelle, da warf man hektisch die Münze an. Viel zu hektisch natürlich, weil die Münze fiel durch den Automaten durch, unten wieder raus und in die Pisse. Und dann begann eine Zeit des Abwägens. Dann entschied man sich, eine neue Münze rauszusuchen, um mit dieser Münze vorsichtig umzugehen. Deswegen rieb man die Münze erst an diesem Telefonautomaten, rieb man die Münze. Deswegen war da eine kahle Stelle neben dem Einwurf, war immer ganz kahl, war kein Lack mehr. Weil man die Münze rieb, um den Geist der Münze gefügig zu machen. Sag mal einer, dass es bei uns keine magischen Rituale gegeben hätte. So, dann warf man die Münze vorsichtig ein, deswegen blügt die Münze im Automaten drin. Und dann setzt es ja bei Menschen die Konditionierung ein. Dann sagt sich der Mensch, ich habe die Münze gerieben, die Münze ist drin geblieben. Habe ich die Münze beim nächsten Mal wieder, bleibt die wieder drin. Der Mensch ist ja vom Makaken-Eff hier nicht allzu weit entfernt. So, jetzt war die Münze drin, musste man sich erstmal die Telefonnummer rausholen. Dafür gab es eine Datenbank, ohne Strom. So, standen alle Namen drin, alle Telefonnummern, alle Adressen. Da würde sich heute jeder Datenschützer erschießen, wenn er so etwas vorfällt. Oder würde zumindest fordern, dass die Namen nicht zu den Nummern passen dürfen. Das waren wirklich, es waren alle, alle, alle Namen waren drin, also alle, von E bis F. Der Rest war rausgerissen. Wahrscheinlich, weil sonst kein Klopapier da war. So. Und wenn man jetzt aber das Glück hatte, jemanden anrufen zu wollen mit E, dann griff man beherzt zu und stellte fest, dass die Sehnsucht nach dem mobilen Telefonieren damals schon so groß war, dass wieder irgendein Arschloch den Hörer mitgenommen hat. Dann versuchte man die Münze wieder aus dem Automaten rauszukriegen. Aber dieser Automat war strunzdoof, da war nicht ein einziger Computerchip drin, aber so blöd die Münze wieder rauszugeben, war der nicht. Dann ging man da raus, hatte so einen Hut. Und ich glaube, so ist das Handy auch erfunden worden. Irgend so ein Arschloch mit so einem Hörer in der Hand, die ich die Stadt lief und dachte, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Ich glaube, das werde ich auch sagen. Wenn mich irgendwann mal wieder jemand fragt, so ein Handyverkäufer, wenn er mich fragt, was soll ihr Handy denn können, dann werde ich dem sagen, einfach mehr als der Hörer, den ich früher immer mit dabei hatte. Das ist mehr. Dankeschön. Tschüss. Applaus Vielen Dank.